Mallorca, Wahlheimat und Sehnsuchtsort vieler Deutscher. Bei dem Blick auf die malerische Landschaft der Baleareninsel mag man fast meinen, man sei im Paradies angekommen. Doch Moment mal, wer bestreitet denn hier ein kleines akrobatisches Workout vor eindrucksvoller Szenerie? Richtig gesehen, niemand Geringeres als Estefania Küster wagt sich an einen Kopfstand. Die 40-Jährige hat es sich auf der heimischen Sonnenterrasse mit Blick auf die mallorquinische Natur gemütlich gemacht. Doch wer faul sein kann, der muss auch was schaffen. Das lässt sich die Bohlenext nicht zweimal sagen. Egal ob beim Tanzen mit ihrer Tochter oder beim Yoga zum Frühstück, Estefania hält sich fit. Auch ihr neustes Instagram-Video legt diese Tatsache nahe. Aber jetzt mal ehrlich, kaum einer wird bei dem sinnlichen Anblick auf ihr sportliches Geschick oder die endlose Weite achten. Im rosäfarbenen Bikini zeigt uns die Tänzerin ihren durchtrainierten Körper und lässt damit wohl einige Herzen höher schlagen. Estefanias Muskeln sind von zarter, sonnengebräunter Haut umhüllt und könnten definierter nicht sein. Mit den heißen Aufnahmen würde sich die gebürtige Paraguayerin definitiv als neues Bikini-Model qualifizieren. Ja, dieser Ausblick lädt allemal zum Träumen ein.